Hier können wir nicht bauen. 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 Ich bin bereit. Ich warte auf euch. Nicht genügend Gold. Die Zeit ist gekommen. Für Kalimdor. Bei den Geistern. Ich bin bereit. Die Natur ist in Aufruhr. Auf euer Zeichen. Schon verstanden. Die Natur ist in Aufruhr. Die Zeit ist gekommen. Das hab ich mir gedacht. Ich bin bereit. Verfügt über mich. Wer bedroht die Wildnis? So soll es sein. Ihr seid am Zug. Besteht etwa Gefahr. Ich bin bereit. Für Kalimdor. Bei den Geistern. Wer bedroht die Wildnis? Natürlich. Für Kalimdor. Die Zeit ist gekommen. Besteht etwa Gefahr? Die Natur ist in Aufruhr. Verfügt über mich. Euer Gebäude ist fertig. Wer bedroht die Wildnis? Verfügt über mich. Die Zeit ist gekommen. Natürlich. Die Natur ist in Aufruhr. Euer Gebäude ist fertig. Besteht etwa Gefahr? Ausbau abgeschlossen. Die Natur ist in Aufruhr. Wer bedroht die Wildnis? Euer Gebäude ist fertig. Besteht etwa Gefahr? Verfügt über mich. Bei den Geistern. So soll es sein. Die Zeit ist gekommen. Verhebt das Gefahr? Er betet gut. Ja. Wenn ich mir die Welt auspordinate. Die Natur ist in Aufruhr. Die Natur ist in Aufruhr. Er betet hat Gefahr. Das hab ich mir gedacht. Euer Gebäude ist fertig. Viel zu leicht auf euer Zeichen. Die Zeit ist gekommen. Euer Gebäude ist fertig. Ich warte auf euch. Feuer frei. Besteht er deine Gefahr? Ihr seid am Zug. Zeigt den Weg. Ihr seid am Zug. Die Zeit ist gekommen. Ich warte auf euch. In Ordnung. Verfügt über mich. So soll es sein. Bei den Geistern. Unser heiliger Hain wird entweiht. Ah, die weite, weite Welt. Auf euer Zeichen. Ich bin bereit. Er bedroht die Welt nicht. Die Natur ist in Aufruhr. Unsere Krieger greifen den Feind an. Das hab ich mir gedacht. Zeigt den Weg. Wer bedroht die Wildnis? Ah, die weite, weite Welt. Verfügt über mich. Für Kalimdor. Natürlich. Das hab ich mir gedacht. Was ist der Ruf der Natur? Für die Bäume. Schreiten wir zur Tat. Unsere Krieger greifen den Feind an. Die Natur ist in Aufruhr. Das Gemetzel kann wohl ja nicht so gut sein. Das Gebäude ist fertig. Besteht etwa Gefahr? Unser Wille ist schier. Die Zeit ist gekommen. Die Zeit ist gekommen. Die Zeit ist knapp. Sterbliche. Wer bedroht die Wildnis? So soll es sein. Natürlich. Bei den Geistern. Die Natur ist in Aufruhr. Nicht genügend Gold. Euer Gebäude ist fertig. Nicht genügend Gold. Besteht etwa Gefahr? Euer Gebäude ist fertig. Die Natur ist in Aufruhr. Besteht etwa Gefahr? Niemals. Veralbert mich. Die Natur ist in Aufruhr. Verfügt über mich. Für Kalimdor. Forschung abgeschlossen. Wer bedroht die Wildnis? Das hab ich mir gedacht. Natürlich. Unser Wille geschehe. Die Natur ist in Aufruhr. Wer bedroht die Wildnis? Nicht genügend Gold. Niemals. Veralbert mich. Lass dich zählen. Schaut euch um. Besteht etwa Gefahr? Die Zeit ist knapp. Bei den Geistern. So soll es sein. Nicht genügend Gold. Forschung abgeschlossen. Nicht genügend Gold. Verfügt über mich. Die Zeit ist gekommen. Die Natur ist in Aufruhr. Ist es Zeit. Unser Heiliger Hain wird entweiht. Aufbau abgeschlossen. Wer bedroht die Wildnis? Besteht etwa Gefahr. Verfügt über mich. Euer Gebäude ist fertig. Für Kalimdor. Schreiten wir zur Tat. Die Zeit ist gekommen. Verfügt über mich. Natürlich. Das habe ich mir gedacht. Besteht etwa Gefahr? Ist es Zeit. Die Zeit ist gekommen. Die Natur ist in Aufruhr. Wer bedroht die Wildnis? So soll es sein. Nicht genügend Gold. Die Natur ist in Aufruhr. Schreiten wir zur Tat. Wer bedroht die Wildnis? Bei den Geistern. Veralbert mich. Die Zeit ist gekommen. Für Kalimdor. Besteht etwa Gefahr? Das habe ich mir gedacht. Euer Gebäude ist fertig. Die Zeit ist knapp. Der Langstück. Forschung abgeschlossen. Verfügt über mich. Ihr seid am Zug. Ich werde es versuchen. Die Zeit ist knapp. Sterblicher. Besteht etwa Gefahr? Bei den Geistern. Forschung abgeschlossen. Wer bedroht die Wildnis? Die Zeit ist gekommen. Forschung abgeschlossen. Die Natur ist in Aufruhr. Unser Wille geschehe. Nicht genügend Gold. Verfügt über mich. Unser heiliger Hain wird entweiht. Bestehe seine Gefahr. Für Kalimdor. Wer bedrugt die Wildnis? Natürlich. Nicht genügend Gold. Verabschung abgeschlossen. Verfügt über mich. Wo soll es sein? Die Natur ist in Aufruhr. 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 verfügt über die zeit ist gekommen wer bedroht die wildnis baut mehr mondbrunnen die zeit ist gekommen die natur ist in aufruhr es steht etwa gefahr die weite weite welt und Untertitelung des ZDF, 2020